Musik Hallöchen Leute, willkommen zu einer neuen Let's Play Heute spielen wir mal Angry Birds Angry Birds ist von der Firma Rovio gemacht worden kostet im Rahmen der Softwarepyramide nur schlappe 3 Euro beim Saturn also wer es will kann sich heute holen und ja ich lese jetzt einmal die Übersetzung vor von der unteren von hinten von dem Spiel hinten auf dem Cover hinten Übe fürchterliche Rache an den grünen Borsten Tieren die sich entreistet haben die Eier der Vogelsippe zu entwenden gut Deutsch also Rovio was habt ihr da für Scheiß gemacht also habt ihr echt gut übersetzt jo legt das jetzt mal ich hab das jetzt gerade zur Seite gelegt jetzt würde ich mal sagen let's go and do it play it jo ich hab hier schon bisschen vorgetestet bis zum zweiten beim Treuer habe ich aufgehört es wird voraussichtlich ein Ding ein blind let's play ab dem dritten jo und dann würde ich mal sagen let's go the last one jo da muss jetzt kurz so leute hier sind wir wieder ich hab die intro sequenz darf ich leider nicht zeigen weil ich ja die rechte dazu nicht hab logischerweise und ja das spiel darf ich ja das spiel zeige ich ja nur und ja dann würde ich mal sagen wir machen das erste level das erste level ist noch recht einfach genau und die Schwierigkeit bei dem spiel hier besteht darin dass es hier nicht diesen bogen als erst anzeigt oh und ihr habt ein ständen mehr als beim test so nächstes level und das ist jetzt einfach das ist wirklich einfach wie sie so drüber also ihr müsst euch immer so vielleicht an den bogen denken und bam verdammt das war nicht gut das war nicht gut das war jetzt ein bisschen zu hoch das war jetzt ein bisschen zu hoch da war ich jetzt schlechter da habe ich vorher drei sterne gehabt das war jetzt ein bisschen höher hat doch geklappt hat doch geklappt hat doch geklappt lol gut dass ich noch nicht losgeschossen gehabt habe oh god eisig ding neen replay resett so übrigens mit mausrad zoomt man rein und raus nein bisschen zu niedrig ja ich bin der pussy ich resettet es immer so schau ich mir mal schau ich mir mal und nein 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 man braucht zwei teile volltreffer noch immer drei sterne cool aha aha so wenn ich den jetzt wenn ich den so spanne dann fliegt er sooo na das wird nix wenn ich den so spanne so nach unten dann fliegt er sooo dann fliegt er drüber also bis sie sooo hä oh 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 중 oh 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 avoided nicht jetzt geht's nein nehihihi wo fliegst du hin bald wo fliegst du hin wo fliegst du denn hin bald impossible aber jetzt weiß ich wo ich hin muss doch nicht doch doch das war ein schuss ins klo das war ein schuss ins klo das war nicht gut okay der strahne schon mal gescheitert zum scheitern verurteilt gleich vor hinschießen ja 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 jetzt 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 master of disaster so jetzt ist es glaube ich für mich bleibt so hier ist das ding okay das ist also zwei frögel mindestens obwohl wenn ich mit einem jetzt gut schießt wenn ich bin hier so der muss so fliegen das heißt ich musste ich muss den so spannend wieso hat das nicht geklappt wieso hat es nicht geklappt was ist denn das für ein scheiß mord betrug ich beschwere mich oh man angry birds come on betrug 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 so warte ich tue erst ich mache ich schieße erst einmal die was war das für ein fail schuss aha das muss ich mir dann später noch in der zeitlupe anschauen wie ich das gemacht habe so kurz kurz übel spiel wie weit oben wie weit zu oben war und das bitte also das ist das wird das ist jetzt kacke von mir gelöst die leute ich würde sagen das war so kleines angetestet wenn ihr wollt kauft euch das spiel oder ladet euch das sind im google playstore runter ich würde ich verlinke euch das angry birds das spiel an dem die vollversion verlinke ich euch einmal auf amazon und auf also also ja hier bin ich wieder band ich habe wieder etwas über zehn minuten überzogen aber scheiß drauf auf jeden fall wird verlinke ich euch das teil in der video beschreibung unten und also die vollversion dann müsst ihr dann nur so ein key eingeben der innen in der hülle steht und dann könnt ihr die vollversion von angry birds spielen jo ich würde sagen das wars ich sag tschüss bis zum nächsten video von und mit mir bei bei und ciao bei 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 bei